Zwei Dritte der Männer und die Hälfte der Frauen sind übergewichtig. Viele werden deshalb krank. Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Gelenkprobleme. Ursache ist oft die falsche Ernährung. Vor allem mit zu viel Zucker. Wir haben heute ja eine toxische Umwelt, in dem Sinne, dass wir Tag und Nacht umgeben sind von Lebensmitteln, meist ungesunden, auch von zuckerhaltigen Getränken. Und hier kann der Mensch auf Dauer nicht sich verweigern. Die Folge hohe Gesundheitskosten. 35 Milliarden Euro allein durch Diabetes Typ 2, der durch ungesunde Lebensweise entsteht. Um Essgewohnheiten zu ändern, wollen Experten Lebensmittel unterschiedlich stark besteuern. 0% für Obst und Gemüse, 7% auf Fleisch, Milch oder Nudeln und 19% auf Produkte mit viel Zucker, Salz oder Fett. Für Softdrinks fordern sie 29% Mehrwertsteuer. Wir wissen, die Preise funktionieren ganz gut. Andere Maßnahmen haben nicht diesen großen Erfolg. Wir haben ja jahrzehntelang Verhaltensprävention in Deutschland betrieben. Und was haben wir bekommen? Gar nichts. Die Lebensmittelindustrie befürchtet eine Bevormundung der Verbraucher. Es geht ja darum, dass alle Lebensmittel zu einer ausgewogenen Ernährung dazugehören. Und der Staat sollte hier keine Vorgaben machen und schon gar nicht eine Einteilung vornehmen und Mehrwertsteuer nach gesund und ungesund berechnen. Anzeichen dafür gibt es nicht. Selbst die einfache Ampelkennzeichnung auf Lebensmitteln hat die Bundesregierung bislang nicht eingeführt. Punkt. Punkt.